Ihr wisst nicht, was euch erwartet! Und da kommt diese Hammer News, The Burning Crusade, TBC, die neue Erweiterung von WoW Classic, wurde mehr oder weniger bestätigt, kann man sagen, noch nicht offiziell angekündigt von Blizzard, aber es spricht sehr viel dafür, dass wir wahrscheinlich tatsächlich Burning Crusade bekommen werden. Oh mein Gott, ich bin echt mega gespannt und es gab quasi auf WoWhead einen kleinen Beitrag dazu, den werden wir uns jetzt kurz mal anschauen, das werde ich euch einfach kurz erklären, worum es da geht. Dann werden wir auf die Umfrage eingehen, die quasi gemacht wurde, wo so ein paar Sachen abgefragt worden sind, wie sich die Leute quasi Burning Crusade vorstellen würden und dann gehen wir noch auf eine kleine Umfrage ein, die Stay Safe eröffnet hat, die ich unten in der Videobeschreibung verlinken werde und das werden wir uns dann auch nochmal genau anschauen. Holy Shit Leute, ich habe richtig Bock auf TBC, ne gute Nacht. Und bevor wir hiermit anfangen, noch die Ankündigung, der allererste Link in der Videobeschreibung Leute, ist unser neuer WoW Classic und WoW The Burning Crusade Community Discord. Da seid ihr alle herzlich eingeladen drauf zu joinen, um euch über WoW Classic auszutauschen, um über Burning Crusade zu spekulieren, Videos reinzuschreiben, Memes und so weiter und so fort. Wir wollen da echt eine coole Community wieder gründen, Nox und ich und ja, da ist jeder darauf willkommen, der natürlich auch damals bei dem Community Dusk & Dawn Projekt schon dabei war und auch an alle anderen, die sich für WoW Classic, Burning Crusade und auch alle weiteren WoW Erweiterungen interessieren. Kommt da gerne drauf. Blizzard hat quasi eine Umfrage an die Spieler rausgeschickt, wo sie gefragt werden, wie sie sich die Implementierung, den Release von WoW The Burning Crusade, quasi die Classic Version vorstellen würden. Und die Umfrage, die haben wir hier, die schauen wir uns gleich nochmal genauer an und es gab quasi auch schon eine ähnliche Umfrage in Bezug auf die nächste Retail-Erweiterung Shadowlands und das spricht quasi auch dafür, dass solche Umfragen immer gemacht werden, bevor das eigentliche Spiel dann quasi irgendwann angekündigt wird. Außerdem gibt es hier noch eine Hearthstone-Erweiterung, die auch Burning Crusade reinterpretiert und deswegen ist anscheinend, also verdichten sich die Fakten so eine Art, dass quasi Burning Crusade Classic kommen wird. Ja, für die Leute, die WoW The Burning Crusade jetzt nicht kennen, das war quasi das allererste Add-On für WoW, das kam nach Vanilla mehr oder weniger, 2006 glaube ich und das Level-Cap wurde von 60 auf 70 erhöht, es gab neue Quests, neue Dungeons, neue Raids, also Black Temple mit Illidan und so weiter, ne, you are not prepared. Und, ähm, außerdem die neuen Arena-Seasons mit den Arenen, wo man quasi 2-and-2, 3-and-3 und 5-and-5 machen konnte, was einfach auch eine sehr geile Geschichte ist für die PvP-Spieler unter euch, also da freue ich mich wirklich mega drauf, wenn es wirklich kommen sollte. Dann leider muss man sagen, auch die Flug-Mounts, die so müssen das World-Pvp, ähm, ja, schwieriger gemacht haben, finde ich, beziehungsweise zum Teil auch zerstört haben, da hoffe ich, ob sie vielleicht nochmal drüber nachdenken und die, ähm, Flug-Mounts eventuell nicht bringen werden. Außerdem ein relativ komplexes, ähm, Attunement-System, also quasi einfach, äh, ja, sehr lange Quest-Chains, die man machen musste, um in die Raids reinzukommen. Und die Drenai und Blut-Elfen sind auch gekommen, genau. Genau, so, jetzt gehen wir aber mal in die Umfrage rein und jetzt wird's halt richtig, richtig interessant. Thinking about the potential ways a player could start a character in Classic Burning Crusade. Which of the following would you prefer most? Also, äh, es gibt quasi 1, 2, 3, 4 Möglichkeiten, oder halt, äh, ja, man mag gar keine davon, 4 Möglichkeiten, wie Blizzard momentan drüber nachdenkt, Burning Crusade zu releasen. Und wir werden uns quasi jetzt jede Möglichkeit mal nacheinander anschauen, dann werde ich meine Meinung dazu sagen und ich möchte euch auf jeden Fall auch jetzt schon mal dazu aufrufen, unbedingt in den Kommentaren, mir eure, quasi, Favoriten, äh, Antwort hier mal zu posten, weil das finde ich mega interessant. Wir werden uns gleich auch noch eine Umfrage von Stay Safe angucken, wo man schon so eine leichte Tendenz erkennen kann, was die Leute wollen. Und, äh, wir fangen aber erstmal an mit den einzelnen Auswahlmöglichkeiten. Die Spieler werden hier also gebeten, sich für eine Möglichkeit zu entscheiden. Und, ähm, bei der ersten Möglichkeit haben wir folgende, äh, Auswahlmöglichkeiten. Continue playing my current classic character on my existing server as it progresses to the Burning Crusade expansion with the option to transfer to a classic server that will never progress past level 60. So, auf Deutsch, ihr spielt euren Char auf eurem aktuellen Server weiter und der Progress quasi einfach in Burning Crusade rein. Das bedeutet, dass er dann kommt, das dunkle Portal wird quasi freigeschaltet in den, äh, verwüsteten Landen auf eurem Server. Ihr könnt einfach durchs Portal durchgehen und da euren Server, der Level 60 ist, auf Level 70 hochleveln. Und, ihr habt dann noch die Option, diesen Server, äh, diesen Charakter, äh, quasi auf einen anderen Server zu transferieren, wo ihr quasi einen ganz normalen Classic Server habt und wo euer Char für immer Level 60 bleiben wird. Also, ihr könnt quasi euren Char auf einen anderen Classic Server wegtransferieren, ihn quasi speichern und auf eurem aktuellen Server auf Level 70 hochleveln. Und, stay safe war der Meinung und ich bin, wenn ich mir so die Sachen angucke, auch der Meinung, das ist wahrscheinlich für mich persönlich die, ähm, beste Wahl an der Stelle, wenn ich mir so darüber nachdenke. Es gibt einige Nachteile auch, da werde ich gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber es hört sich auf jeden Fall von der, ähm, von dem Community Feeling, was ich einfach in Vanilla sehr wichtig finde, richtig an, wenn wir auf unserem Server mit den Leuten, die wir kennen, ne, mit den Gegnern, die wir kennen auf der anderen Fraktion und so weiter, wir mit den gleichen Leuten auch gemeinsam auf den nächsten Burning Crusade Server gehen. Das, äh, würde so dieses Community Feeling, glaube ich, was einfach so ein wichtiger Bestandteil ist von dem Spiel, ja, einfach aufrechterhalten und das hört sich für mich richtig an. Und, auch die Möglichkeit, seinen Classic-Char, also den Level 60-Char quasi zu saven auf einem anderen Server, finde ich cool. Das gibt einem dann einfach die Möglichkeit, äh, ja, mit anderen Leuten, vielleicht auch mit denen man auf verschiedenen Servern war vorher, auf den gleichen Level 60-Server zu gehen und da mit den Leuten zusammen auf Level 60-Servern zu spielen. Ähm, ich sehe hier nur einen Nachteil, den würde ich auch gleich vielleicht mal erwähnen an der Stelle und zwar, wenn ihr zum Beispiel gerade so ein bisschen noch, ähm, mit eurer Community, mit ein paar Wheel-Life-Freunden oder ein paar Online-Freunden, wie auch immer, ähm, gesplittet seid, der eine, der eine ist vielleicht noch auf Lucifron, der andere ist damals irgendwie transferiert, gerade im deutschen Bereich hatten wir ja so ein bisschen die Problematik, dass viele, äh, Leute halt gespalten worden sind durch diese ganze Warteschlangen-Thematik und diese erste Variante würde quasi mehr oder weniger verhindern, dass, ähm, so diese Leute sagen könnten, ey, in Burning Crusade gehen wir alle auf den Server oder alle auf den, da kann man halt dann nicht wirklich neue Communities bilden in dem Sinne. Und das ist so der einzige Nachteil, äh, den ich an der Option sehe. Also für mich ist das auf jeden Fall die beste Wahl wahrscheinlich. So, jetzt machen wir weiter mit der zweiten Möglichkeit. Start a brand new character from Level 58 und a new Burning Crusade Server. Das bedeutet, ihr startet quasi, äh, auf einem Burning Crusade Server, der komplett frisch ist, wo man keinen anderen Char irgendwie hat und jeder kann sich quasi einloggen und hat direkt einen 58er Char am Start, kann sich einloggen, äh, den quasi nur die, die, die das Aussehen verändern und so weiter, da den Namen geben und dann ist der quasi Level 58 und dann beginnt die Reise mehr oder weniger direkt in den Outlands. Wahrscheinlich steht man dann vor dem dunklen Portal und muss noch durchgehen. Ich habe hier jetzt auch auf etlichen Burning Crusade Private Servern gespielt und da war es auch dann oft so, dass man vor dem Portal gestartet ist oder irgendwie auf der Hellfire, äh, Peninsula und dann hat man halt angefangen zu leveln. Und, das hört sich verlockend an und ich kann verstehen, dass einige jetzt vielleicht gerade denken, ey, geil, da muss ich nicht irgendwie in Vanilla wieder irgendwie komisch leveln, ich kann direkt mit Burning Crusade anfangen, mit der Erweiterung, für die ich mich interessiere, vielleicht auch die Leute, die, äh, gar nicht so viel Bock auf Vanilla hatten, ey, geil, geil, geil. Ich kann euch wirklich nur ans Herz legen, Leute, votet bitte nicht für diese Möglichkeit. Ich kann euch wirklich sagen, ich habe das auf etlichen Burning Crusade Privatservern erlebt, die auf Level 58 gestartet haben. Der Server hat sich einfach nach drei, vier Monaten leer angefühlt, tot angefühlt. Wenn ein Server keine Vanilla-Geschichte hatte, also keine Community, die schon in Vanilla vorher, Multincore gemacht hat, BWL und so weiter, die sich da schon kennengelernt haben und das verstärkt auch nochmal mein, 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 mein Gedanke, dass die erste Variante wirklich die, die beste ist einfach, ähm, dann fühlt sich der Burning Crusade Server nach ein paar Monaten irgendwie, ja, leer an und einfach nicht richtig. Und, das hört sich cool an, dass man auf Level 58 starten kann, denn, äh, ist immer so dieses Argument, na gut, ich will ja in der Vanilla-Welt eh nix mehr machen, es geht ja um die Outlands, es geht um Karazan, es geht um Black Temple und so weiter, aber glaubt mir, meiner Meinung nach ist das hier die schlechteste Version, denn es hat wirklich dazu gefühlt, dass sich einfach der Server nach drei, vier Monaten leer angefühlt hat, weil man keine Verbindung zur, äh, Vanilla-Welt hat, zu Azeroth und, ja, einfach mein Rat an der Stelle. Und es gibt noch einen weiteren Nachteil, wenn sich jeder immer neue Charts auf Level 58 machen kann, führt es dazu, dass die Leute extrem schnell neue Twings auf 70 hochleveln können. Das bedeutet, weil von 60 auf 70 oder von 58 auf 70 levelt man halt extrem schnell hoch und das könnte halt auch dazu führen, dass wir viel zu viele Twings am Start haben, jeder sich alles selber herstellen kann, die Ökonomie davon auch so ein bisschen runterleiden wird. Also die Variante hier gefällt mir wirklich am wenigsten, ihr merkt es schon. Gut, dann die dritte Möglichkeit. Start a brand new character from Level 1 on a new Burning Crusade Server. So, die Möglichkeit gibt uns genau wie die Möglichkeit, die Möglichkeit komplett frisch auf einem Burning Crusade Server zu starten, ohne dass die Charts irgendwie Vor- oder Nachteile hätten. Das ist natürlich schon interessant, gerade auch für neue Spieler, die dann vielleicht auch denken, okay, wir starten alle auf dem gleichen Level so eine Art, wir müssen alle wieder von Level 1 hochleveln. Kann ich verstehen. Da wird es aber zum einen erstmal viele Leute geben, die keinen Bock haben, von Level 1 hochzuleveln wieder, weil man das ja in Vanilla auch schon getan hat, zumal es auch noch ein bisschen verschlimmert wird, denn ich habe auch auf einigen Private Servern gespielt, Burning Crusade Private Servern, wo man auf Level 1 gestartet hat. Das Problem an der Geschichte ist nämlich einfach, dass die Leute dann so schnell wie möglich in die Outlands kommen wollen und mehr oder weniger durch die Vanilla-Welt komplett durchrushen. Okay, gut, das haben wir alle natürlich in Vanilla auch zum Teil schon gemacht. Ja, die Leute, die am Anfang gelevelt haben, okay, ja, Dungeon-Grinding und so weiter. Aber glaubt mir, das ist irgendwie auch nicht geil, wenn alle irgendwie nur durch die Vanilla-Welt durchrushen, um so schnell wie möglich in den Outlands anzukommen. Fühlt sich irgendwie auch komisch an. Den einzigen Vorteil, den ich hier sehe gegenüber der Variante, ist einfach, dass sich die Leute nicht so easy Twinks hochpushen können, hochleveln, weil es ist einfach ein enormer Unterschied, ob ich von Level 1 hochleveln muss, einen Char oder von Level 58 auf 70. Und hier werden deutlich weniger Leute Bock drauf haben. Und ich finde es einfach immer cooler, wenn sich die Leute auf einen Char konzentrieren oder auf einen, zwei und nicht so easygoing 100 Charaktere machen. Das finde ich irgendwie immer ein bisschen doof. Und ja, ich muss sagen, wenn sie sich dafür entscheiden sollten, dass alle irgendwie frisch anfangen sollen, dann bitte die Variante und nicht die mit den 58 hier. Aber ehrlich gesagt finde ich beide Varianten nicht unbedingt gut. So, wir schauen uns die vierte Möglichkeit an. Continue playing my current classic character on my existing server that will never progress past Level 60 with the option to transfer to a Burning Crusade Server. So, hier haben wir quasi genau das Umgekehrte, wie bei der ersten Option. Das heißt, der Server, auf dem ihr euch gerade befindet, bleibt so wie er ist. Er bleibt Level 60 only. Und ihr könnt euren Charakter auf einen Burning Crusade Server transferieren. Also dahin kopieren und dort dann quasi mit Burning Crusade anfangen. Und das wäre die Variante, die mir am zweitbesten gefällt, weil es nämlich auch ein Stück weit zumindest die Character progression, also euer Gear und so weiter mit in Burning Crusade reinnehmen würde. Es hätte allerdings, wie gesagt, in meinen Augen den Nachteil, dass quasi die Burning Crusade Communities, die entstehen würden, also die neuen Server, natürlich ein Mix wären aus vielen verschiedenen Servern, weil sich jeder überlegen könnte, ey, ich gehe auf den Server, ich gehe auf den Server. Das heißt, man würde sich vorher wieder absprechen, auf welchem Server man anfängt. Es würde aber auch, das ist auch ein Vorteil von der Möglichkeit, das habe ich hier oben auch vergessen, das ist ein Nachteil hier, es würde natürlich uns auch die Möglichkeit geben, die Fraktionsungleichheiten, die wir momentan haben, also gerade was Ford Ali angeht, so ein bisschen auszugleichen. Ja, aber ich glaube, dass die Leute eh quasi nicht in der Lage sein werden, so clever zu denken, sondern eh wieder auf den Server gehen, wo die meisten Leute hingehen. Von daher ist es wahrscheinlich gar kein Vorteil. Ja, finde ich aber auch interessant. Das heißt, der aktuelle Server, auf dem ihr seid, ich zum Beispiel Patchwork, deutscher PvP-Server, würde ein Level 60er-Server bleiben, da würde sich nichts verändern. Ich kann aber meinen Char nehmen und ihn auf einen anderen Burning Crusade-Server, den wir einfach mal Neverland nennen, keine Ahnung, hin transferieren und dort könnte ich dann quasi mit meinem Char Burning Crusade erleben. Genau, das sind die vier Möglichkeiten. Jetzt der zweite Link in der Videobeschreibung, direkt unter unserem BMW Classic und Burning Crusade-Community-Discord, findet ihr diese Umfrage von Stay Safe, die habe ich euch mal verlinkt. Ihr könnt ja quasi voten. Und habe ich schon gemacht gerade, ich habe hier für die erste Variante gevotet, hier sieht man schon so eine kleine Tendenz, hier haben 1160 Leute abgestimmt, die meisten Leute sind wie gesagt dafür, dass euer Server mit den ganzen Leuten in Burning Crusade quasi weitermacht einfach, und ihr euren Server auf einen anderen Classic-Server transferieren könnt. Die nächsten sind dann hierfür, dafür, dass quasi euer Server so bleibt, wie er gerade ist in Vanilla und man auf einen Burning Crusade-Server transferieren kann. Dann sind die Leute quasi, jetzt mal mit Level 1 anfängt und dann mit 58. Also es ist quasi genau so in der Reihenfolge, wie ich es mir auch vorstellen könnte. Also stimmt da gerne mal ab, dann haben wir hier noch bessere Umfragewerte. So, jetzt sind wir aber auch durch mit den heutigen News. Ich bin mega gespannt. Für mich ist eigentlich Burning Crusade damit mehr oder weniger bestätigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es macht für Blizzard absolut Sinn, nach dem Erfolg von Classic. Es macht einfach, ja, mega Sinn, weil die Community auch mega Bock drauf hat. Das merken die auch, denke ich. Und jetzt schreibt mir gerne mal in die Kommentare, für welche der vier Möglichkeiten, Leute, würdet ihr euch entscheiden. Ich bin gespannt, was die Mehrheit hier von euch in den Kommentaren schreiben wird. Wenn ihr noch irgendwelche Probleme erkannt habt oder irgendwelche Anmerkungen habt, alles in die Kommentare ballern, Leute. Ich bin mega gespannt. Ich freue mich wirklich unglaublich auf Burning Crusade. Hier wird natürlich auch mega viel Burning Crusade-Content kommen. Ich habe Burning Crusade auch gespielt, das Originale. Ich habe es auch viel in Privatsphäre gespielt. Ich habe mega viel, ja, Ahnung auch letztendlich von Arena, sei es Arena-Kombis, PvP-Kombis und so weiter und so fort. Und ja, da wird sehr viel Content hier wieder natürlich auch kommen. So wie bei WWW Classic natürlich auch. Und ja, in dem Sinne, bis zum nächsten Video und kommt auf unseren Community-Discord, Leute. Euer Die Pfeiler. Ciao.